Musik Herzogin Katharines letzter Solo-Auftritt Hochzeit unter Palmen Guido Maria Kretschmer Ringkauf für die Hochzeit Mozi Mabuse Versteckt sie hier etwa einen Babybauch? Ist er der neue Mann an Silvies Seite? Schon wieder Polizeieinsatz bei Heather Lockler Jennifer Lawrence im Lügendetektor Teste Wayne, The Rock, Johnson in Sorge um Tochter Jasmine, 2, Katie Preis geht unter die Geisterjäger Kim Kadeschien sorgt für Shitstorm Die Katze präsentiert sich mit der Beinhaltung eines neugeborenen Fohlen Spargeldünne Beine und eins davon deutlich länger und unnatürlich angewinkelt So präsentiert sich Daniela Katzenberger bei Facebook Das hier Photoshop am Werk war, sieht man sofort an den Bodenfliesen ihrer Finca, die richtig Wellen schlagen Bei Daniela Katzenbergers Post war Photoshop am Werk, sagt sie selbst Doch Daniela Katzenberger ist nicht etwa in die Verona-Portfalle getappt Dieser Foto-Fail ist volle Absicht und eine klare Breitseite gegen Die Menschen, die IHR-Tag-Taglik und den sozialen Netzwerken, das Leben schwärmärken, das ich eine Jüber meiner, Fettenbein, beschwert haben, beginnt Daniela Katzenberger Ihren Instagram-Post MIT dem Hashtag Schauen Sie sich in unserem Video das Originalbild mit den echten Katzenberger-Schenkeln im Vergleich zum bearbeiteten Bild número2 Musik 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 Bis zum nächsten Mal.